Wir alle warten darauf, dass Integration passiert. Integration wird aber nicht passieren. Stellen wir uns vor, wir kommen aus einem fremden Land, lassen alles hinter uns, alle Strapazen, alle Bedrohungen, vielleicht sogar unsere Familie, unsere Freunde und kommen nach Deutschland mit nichts als einer Vorstellung. Eine Vorstellung, wie unser späteres Leben aussehen sollte. Vielleicht Geschichten, die wir gehört haben, oder eben einfach Gedanken, denen wir nachgehen, während wir diese ganzen Strapazen unterdrücken wollen. Jetzt sind wir hier und müssen aber feststellen, dass wir nach einiger Zeit mit vielen fremden Menschen, die wir eigentlich genauso wenig kennen, wie wir die meisten Geflüchteten kennen, auf engstem Raum zusammenleben und eigentlich nichts machen außer warten. Warten, bis der Tag umgeht. Warten, bis die Woche vorbei ist. Und warten, bis was Neues auf uns zukommt. Was Neues, mit dem wir anfangen können. Mit dem wir planen können. Wir merken, dass immer wieder motivierte Helfer zu uns kommen, mit uns den Alltag verbringen wollen, uns bei Sportevents helfen zu organisieren, vielleicht sogar uns die neue Sprache versuchen beizubringen. Aber reicht es? Ist es der Ansatz, den wir machen müssen, um diese große Anzahl an Menschen in unser Land integrieren zu können? Und reicht es, wenn dieser kleine Anteil aus unserer Bevölkerung sich bereit erklärt, diesen Riesenanteil zu integrieren? Das größte Problem kennen wir alle, ist die Sprache. Aber können wir wirklich warten, bis alle unsere Sprache sprechen, bis wir mit der eigentlichen Integrationsarbeit anfangen? Wir haben eine Gemeinsamkeit. Digitalisierung. Die moderne Technik, die uns allen zur Verfügung steht und die wir alle nutzen können. Nutzen wir sie. Stellen wir uns vor, wir erschaffen einen virtuellen Raum. Einen Raum, an dem Menschen sich begegnen, die Hilfe suchen und andere die Hilfe geben können. Keine Geflüchteten, keine Helfer, sondern Menschen. Ohne Sprachprobleme, ohne Kommunikationsprobleme und ohne Vorurteile. Einfach zwei unterschiedliche Menschen. Kommen wir also zusammen in einem virtuellen Raum, in dem wir uns gegenseitig unterstützen können. In dem wir uns als erstes kennenlernen können. In dem wir uns kennenlernen können, ohne dass wir ein Bild voneinander vor uns haben. Ohne dass wir ein Bild in unserem Kopf haben. Nach dieser Erstbegegnung in diesem virtuellen Raum ist es etwas komplett anderes, wenn wir uns dann im echten Leben sehen. Wir haben nicht diesen weiten Weg vor uns, daheim aufzustehen, in ein Flüchtlingsheim zu gehen. Mit 50 Menschen umgeben zu sein, die wir alle nicht kennen, wo wir alle wissen, dass sie uns größtenteils nicht verstehen werden. Sondern wir lernen einfach einen anderen Menschen kennen. Einen Menschen, dem wir gleich viel näher sind. Und glauben Sie mir, der Ausgleich zwischen Hilfe geben und Hilfe nehmen wird kein großer Unterschied sein. Jeder der Geflüchteten wird froh sein, wenn er seinen Teil dazu beitragen kann, sich in die Gesellschaft zu integrieren, neue Menschen kennenzulernen und vor allem seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich hatte das Glück, ich konnte einen Mann, der in Brad Krotzingen wohnt, kennenlernen. Die hatten in dem Heim ein alltägliches Problem. Ganz normal, ein Ersatzteil an der Türklinke war kaputt. Haben einen Handwerker bestellt, der musste ein Ersatzteil bestellen. Drei Tage hätte es gedauert, bis dieses Ersatzteil da wäre. Was hat er gemacht? Ein junger Mann aus Syrien, Anfang 30, hat sich die ganze Tür angeschaut, hat ein Stück Holz genommen, sein Taschenmesser und hat sich viereinhalb Stunden auf die Wiese gesetzt. Hat das Ersatzteil geschnitzt und hinterher in der Tür eingebaut. Die Tür lief, ohne dass Zeitverschloss. Ich bin mir sicher, sie wollen alle daheim kein Stück Holz in ihrer Tür haben. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die Menschen aktiv werden. Dass die Menschen versuchen, sich einzubringen und ihren Teil dazu zu leisten, sich in die Gesellschaft einzubringen. Sich einzubringen und wahrgenommen zu werden. Ein junger Anwalt hat mal gesagt, der Grundsatz jeder Gesellschaft ist es, der lebendige Austausch zwischen Ansichten, Urteilen und der damit Fortgesetzte, die Selbsterziehung im Verkehr mit anderen. Was ich ihnen damit sagen will, wir selber müssen uns auch weiterentwickeln. Wir können nicht erwarten, dass alle, die zu uns kommen, unsere Kultur lernen, unsere Tradition lernen. Natürlich ist es ihre Aufgabe, diese anzunehmen und diese auch wahrzunehmen. Aber diese können sie nur wahrnehmen, wenn wir in einen Austausch kommen. Wenn wir miteinander kommunizieren, unsere Werte vertreten, unsere Werte anderen beibringen und gleichzeitig aber auch die neuen Werte kennenlernen. Selber zu erfahren, was verbirgt sich denn hinter den Menschen, den wir gar nicht kennen? Was steckt dahinter? Welches Strapazen muss er auf sich nehmen? Welche Werte vertritt er? Wir kommen auf eine komplett neue Kommunikationsebene. Und wir können diese Vorteile alle nutzen. Der beschriebene Mann, ganz klar handwerkliches Geschick. Eines der größten Probleme, die wir zurzeit in Deutschland haben, ist der Fachkräftemangel. Er wird weiter ausbauen. Es sind nicht die gleichen Standards, die wir in Deutschland haben. Aber was diese Menschen mitbringen und was wir nutzen können, ist ein hohes Maß an Motivation, an Fähigkeiten und an Willensstärke. Die Standards werden sich anpassen mit der Zeit. Aber die Chance, dass diese ihre Fähigkeiten ausleben können, zeigen können, die müssen wir ihnen geben. Und die müssen wir ihnen vor allem aktiv geben. Jeder einzelne von uns. Es geht nicht darum, dass wir zwei Stunden pro Woche uns in ein Heim begeben. Zwei Stunden pro Woche. Dazu haben wir alle gar nicht die Zeit. Es geht um die Kleinigkeiten. Dass jeder einzelne von uns aktiv wird. Sei es nur einmal im Monat. Aber er wird aktiv. Kommen wir auf die Natur zurück. Die Stärke in der Natur liegt ganz klar in ihrer Vielfalt. In der Natur finden wir unzählige unterschiedliche Arten von Pflanzen, von Bäumen abartig. Und diese Vielfalt müssen wir auch in unserer Gesellschaft als eine Stärke machen. Wir müssen sie als Stärke erkennen und als Stärke nutzen. Denn Integration passiert nicht einfach so. Außer wir fangen an gemeinsam zu integrieren. Dankeschön. Applaus 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 Applaus